Und was wir jetzt wollen, der ist vor... So gesagt. So, Kahnrolle 2010. Wann? Samstag. Was machen wir Samstag? Wir sind Zielgruppen, wir gucken einen in Super-Talent. Also, wenn nicht Erste Elko, kann es doch keine Rolle geben. Wo ist die? Was? Passt uns gar nicht alle rein. Gut, also, keine Rolle. Okay.